Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unser Kapitän Danny Latza durfte er gestern wieder von Beginn an spielen und diesmal auch auf der 6. Position, da wo er auch eigentlich hingehört und erntete dafür auch durchaus viel Lob und für mich auch zu Recht. Denn gegen Heidenheim spielte er wie auch bereits schon vor einer Woche gegen Dresden, aber gegen Dynamo hat er wohl nur gespielt, weil Rodrigo Salazar kurzfristig ausgefallen ist. Danny wusste, dass er in Dresden normalerweise nicht gespielt hätte, verriet unser Trainer Mike Büskens nach dem Heidenheim-Spiel und ergänzte, nicht weil wir ihn nicht brauchen, aber wenn du dein letztes Spiel von Beginn an im November gemacht hast, dann brauchst du eine Zeit, um Rhythmus zu bekommen. Salazar fehlte und Büskens schickte dadurch ja Latza auch ins Team. Er gibt uns die Ruhe am Ball, die du in einem Kessel wie Dresden brauchst, sagte Büskens. Dennoch war ja Latzas Leistung auch vielleicht bedingt durch die Position, hat er da etwas sozusagen linksoffensiv gespielt, ja nicht sein bestes Spiel, aber trotzdem durfte er gestern wieder von Beginn an ran und das war sicherlich schon überraschend. Salazar war wieder fit, Flick und Dieter Kuhra haben es ganz gut gemacht, aber Florian Flick hat mal eine Verschnaufspause bekommen und deswegen konnte Latza im centralen Mittelfeld starten und das hat er sicherlich auch durchaus zurecht getan, denn er dirigierte, wie auch Mutti wieder seine Mitspieler, zeigte, ich denke mal, das kann man schon so sagen, seine beste Saisonleistung und das wurde dann auch gekrönt mit der Auswechslung aus 67 Minuten, weil er eben natürlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, um endgültig topfit zu sein. Er hatte 57 Ballkontakte, das war ein guter Wert, seine Passquote betrug wirklich starke 93% und seine Zweikampfquote starke 78%, also ich denke mal, da konnte man sicherlich nicht meckern. Offensiv, besser gesagt, torgefälliger kann er sicherlich aber auch noch werden. Das war gut von Danny, er ist ein wichtiger Spieler, das hat er heute gezeigt. Am Vormittag habe ich noch mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, dass es ein hochintensives Spiel wird, in dem er Meter machen muss und er nicht über die ganzen 90 Minuten kommen wird. Den Wechsel mussten wir einkalkulieren, sagte Mike Büskenz. Und für Latza kam er dann eben auf Florian Flick in die Partie und der brauchte so gar keine Eingewöhnungszeit. Flick kam in 23 Minuten, spielte er auf vier Torschüsse und hatte damit sogar die meisten auf dem Platz. Flo kommt rein und macht das super, ist doch klasse, wenn Danny alles raushaut aus dem Tank, dann kommt Flo und gibt direkt neue Energie, lobte Büskenz und ergänzt mit einem Schmunzeln auf den Lippen, wenn er jetzt auch noch richtig schießen könnte. Und natürlich, auch wenn Flick nicht allzu treffsicher war, es gab den 3-0 Heimerfolg, auch bedingt durch eine wirklich starke Leistung von Latza, der jetzt als Kapitän im Saisonendsport vielleicht auch nochmal endlich wichtig werden wird. Eure Meinung zu Latza, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Untertitelung des ZDF, 2020